Jo Leute, heute meine kleine Motto-Verstellung von dem Lars, nein, jetzt haben wir wieder mit dem Lars hier und mit dem Justin. Hallo? Ja, hallo. Das ist der Justin und der Lars. Hallo. Ja, ja, also Lars hat den hier mal ein bisschen eingebaut und ich hab ihn dann ungamed. Und ja, wenn du diesen, dieses coole Fahrzeug haben wollt, schreib unten in die Computer rein, also in die kommst. Hashtag HLF Cuts. Und dann könnt ihr den, also könnt ihr den fragen, ob er den zu dort handelt, aber müsst hier schreiben, HLF, also Hashtag HLF Cuts. Und wir können euch den ja gerne mal zeigen, es gibt Katastrophenschutz jetzt. Äh, jetzt ist eigentlich alles gleich, außer jetzt alles, was es gibt und er, ich muss nochmal ingame. Bei dem anderen, den nochmal neu gemacht hat und sowas. Und ja, Leute. Wenn euch dieser Mod gefallen hat, hast du nochmal um... ...deck HLF Cuts. Und damit sag ich euch Ciao. Und was wollt ihr beide nochmal sagen? Ciao. Auf YouTube. Ciao. 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 Ciao.